Ja, hi und willkommen zu iJMBS und ja, wie ihr sicher mitbekommen habt, ist Weihnachten und zur Feier des Tages machen wir heute dieses große goldene Ei auf. Und da bin ich schon sehr gespannt, was wir darin finden werden. Dann schauen wir mal, hier hinten können wir das öffnen. So, da machen wir mal dieses goldene Ei auf. Und hier haben wir ein großes goldenes Ei mit einer Schlaufe. Und dann werden wir mal schauen, dass wir das öffnen. Ja, wir machen einfach die Schlaufe auf, das will am einfachsten sein. So, ach, die Schlaufe hat gar nichts mit dem Rest von dem Band zu tun. Auch interessant. Okay, dann müssen wir es doch anders machen. Das ist hier hinten festgeklebt, ich möchte es nicht kaputt machen. Ja, aber es führt wohl keinen Weg dran vorbei. Wie ist das denn dazu? Macht Mensch. Ist ja schlimm. So, es führt wohl keinen Weg dran vorbei, dieses schöne goldene Ei kaputt zu machen. So, jetzt bin ich sehr gespannt, denn jetzt haben wir zwei Hälften. Und was haben wir hier? Aluminiumfolie und einen Goldhasen. Ja, und wir haben hier nochmal Aluminiumfolie und zwei Eierhälften aus Schokolade und einen goldenen Hasen. Das ist doch mal richtig cool. Ja, das war doch jetzt so richtig spannend und damit würde ich sagen, schöne Feiertage und bis zu den nächsten Videos. Ciao.